Saugroboter sind smarte Haushaltsgeräte, die einen extrem viel Arbeit, vor allem bei der Fußbodenreinigung, abnehmen. Fünf verschiedene Saugroboter von fünf verschiedenen Herstellern und auch Preisklassen möchten wir euch heute deshalb einmal vorstellen. Wir haben uns nur die beliebtesten Modelle herausgesucht, sodass ihr hier wirklich zwischen den Top-Modellen auswählen könnt. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um also alle Saugroboter aus diesem Video kennenzulernen und so am Ende eine passende Kaufentscheidung für euch und eure Ansprüche treffen zu können. Wir haben euch alle Modelle auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also nach dem Video noch genauer zu den Modellen informieren oder euren Favoriten direkt bestellen wollt, könnt ihr das am schnellsten über die Links in der Videobeschreibung tun. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Saugroboter aus der ersten Preisklasse. Vorstellen möchten wir euch hier für noch weitaus unter 200 Euro den Honeger G20 Pro. Ein Staubsaugroboter mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Modell kann mit 4500 Pascal eine sehr starke Saugkraft vorweisen und kommt auch mit vielen weiteren smarten Features. Der 3200 mAh Akku des Modells garantiert für eine starke Laufzeit von bis zu 180 Minuten. Damit ist eine Reinigungsfläche von bis zu 200 Quadratmetern möglich. Sobald die Reinigung beendet ist oder die Leistung nicht mehr ausreicht, kehrt der Staubsaugerroboter dann automatisch zur Ladestation zurück, um für die nächste Reinigung bereit zu sein. Auch die Navigation überzeugt beim G20 Pro. Das Modell folgt einer effizienten Zickzackroute, die vom Staubsaugroboter ermittelt und ausgerechnet wird. Vermieden wird damit ein wiederholtes Kehren von den gleichen Stellen, sodass die Effizienz beim Reinigen steigt. Ausgestattet ist das Modell mit 23 Sensoren, womit das Modell auch Treppen und Hindernisse erkennen und auf intelligente Weise umfahren kann. Und dies funktioniert auch im Alltag sehr gut. Die Navigation ist eines der Punkte, die die Kunden immer wieder sehr positiv beim Honeger G20 hervorheben. Zu einer leistungsstarken Saugfunktion bietet das Modell unter anderem aber auch noch eine Wischfunktion. Somit können auch gröbere bzw. auch nasse Verschmutzungen in einem Durchgang beseitigt werden. Ausgestattet ist das Modell zudem mit einem Teppichsensor. Sobald das Modell einen Teppich erkennt und auf diesen rauf fährt, wird die Reinigungsleistung des Modells noch einmal verstärkt. Des Weiteren überzeugt der Roboter durch seine relativ flache Bauweise von lediglich 7,6 cm, wodurch er wunderbar unter auch flache Möbelstücke wie Kommoden, Betten oder Sofas hindurchfahren kann. Und des Weiteren ist dieses Modell mit einer App-Steuerung ausgestattet, womit es sich unserer Meinung nach beim G20 Pro insgesamt um einen sehr hochwertigen Premium-Staubsauger handelt. Das Besondere an dem Modell mit dem aktuellen 60 Euro Rabattcoupon, der über den ersten Link in der Videobeschreibung einlösbar ist, bekommt ihr das Modell für noch deutlich unter 200 Euro. Ein echt starkes Modell, also alles weitere wie gesagt über den ersten Link in der Beschreibung. Lasst uns aber auch nochmal die vier anderen Modelle aus dem Vergleich anschauen. Aus der nächsten Preisklasse möchten wir euch hier den ebenfalls sehr beliebten S10 Plus von Xiaomi vorstellen. Der Saug- und Wischroboter von Xiaomi besitzt eine Saugleistung von 4000 Pascal, etwas geringer also als das eben vorgestellte Honetscher-Modell. Ausgestattet ist er mit einer Akkulaufzeit von 120 Minuten und vor allem einer starken 3D-Hinderniserkennung. Durch diese kann das Modell millimetergenau Hindernisse umfahren, so die Möbel schützen und auch verhindern, dass das Modell beispielsweise an Menschen, Haustiere oder auch Kanten anstößt. Besonders an diesem Saugroboter ist unter anderem aber auch noch sein effektives Druckwischen. Neben der Saugfunktion handelt es sich auch hier wieder um einen Saugwischroboter, welcher also mit einem zusätzlichen Wassertank ausgestattet ist und in Kombination mit der hochwertigen Mob-Technologie und dem Druck, der auf einen Boden aufgebracht wird, auch größere Verschmutzungen bzw. hartnäckige Flecken in einem Durchgang reinigen kann. Dabei drehen sich die Wischmobs in einer hohen Geschwindigkeit und werden wie gesagt gleichzeitig auf den Boden raufgedrückt, was eine Reinigung von Menschenhand simuliert und dabei vermutlich noch wesentlich effektiver ist. Auch eine App-Steuerung ist dabei, über diese kann man die eigene Wohnung noch genauer kartieren, Reinigungszeiten vornehmen, gewisse Bereiche auch sperren und den Roboter mit seiner Leistung und dem Akkustand jederzeit überwachen. Neben der 5200 mAh Akkukapazität sind hier auch nochmal die Kapazitäten bei der großen 450 ml Staubbox und dem 200 ml Wassertank hervorzuheben, alles Werte durch die der S10 Plus überzeugen kann. Wenn ihr euch noch weiter zu diesem Modell aus der zweiten Preisklasse informieren oder den Xiaomi Saugroboter gleich bestellen wollt, ist der zweite Link in der Videobeschreibung der richtige Platz für euch. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, um die nächsten Modelle kennenzulernen. Aus der dritten Preisklasse möchten wir euch den Ecovacs D-Bot T9 Ivy vorstellen. Einen Saugroboter mit 3000 Pascal Saugleistung und ebenfalls inkludierter Wischfunktion. Das Besondere an diesem Modell ist unter anderem sein ganz neues Ivy 2.0 Objekt- und Menschenerkennungssystem. Dieses kann besonders präzise, sich auch bewegende Hindernisse erkennen und diese dann effektiv umfahren. 15 verschiedene Arten von Objekten kann das Modell erkennen und voneinander unterscheiden und das sogar bei Personen. Er erkennt auch automatisch den Raumtyp und empfiehlt hier einen individuellen Reinigungsplan. Herausragend ist beim Ecovacs D-Bot zudem die hohe Laufzeit. Der 5200 mAh Akku bringt es hier auf bis zu 200 Minuten Laufzeit, also über drei Stunden, womit auch extrem große Räume und Wohnungen in einem Durchgang gereinigt werden. Bei der Reinigungsfunktion hat das Modell eine sehr starke Saugkraft, die hier in vier verschiedenen Modi einstellbar ist und vor allem auch eine Wischfunktion, wodurch auch härtere Verschmutzungen im Nu beseitigt werden können. Hierbei haben wir die Oszillationsmopping-Technologie. Das ist eine Wischvibrationsfunktion, durch die das Modell bis zu 480 Mal pro Minute vibriert und so auch härtere Verschmutzungen entfernen kann. Dies soll im Alltag teilweise gut funktionieren, teilweise auch nicht, aber vor allem bei der Saugfunktion auf Teppichen kann das Modell nochmal überzeugen. Hierfür hat das Modell nämlich zwei Multi-Oberflächen-Bösenrollen dabei, die entgegengesetzt rotieren. Das verhindert vor allem eine Haarverhälterung bei größeren Teppichen und ist damit besonders gut auch für Haustierbesitzer geeignet. Mit dabei hat das Modell natürlich auch eine 3D-Kartenerstellung, App-Steuerungsfunktion sowie noch weitere Smart-Home-Verbindungsmöglichkeiten. Über den dritten Link in der Videobeschreibung könnt ihr alles weitere zu diesem smarten Saugroboter erfahren und das Modell entweder einzeln oder auch noch im Set mit sonstigem Zubehör sowie auch mit der nochmal 150 Euro teuren Absaugstation bestellen. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, um die letzten beiden Modelle kennenzulernen. Aus der vierten Preisklasse möchten wir euch hier den Roomba Combo i8 von iRobot vorstellen. Besonders gut an diesem Modell gefallen uns schon einmal die unterschiedlichen Reinigungsfunktionen. Neben der extra starken Saugleistung besitzt das Modell zum einen eine Ecken- und Kantenbürste und zum anderen auch wieder zwei entgegengesetzt laufende Gummibürsten für alle Bodenarten. Diese sorgen auch dafür, dass gröbere Verschmutzungen aufgenommen und Haare beim Aufsaugen nicht verheddert werden. Zudem hat das Modell ebenfalls eine Wischfunktion dabei. Diese erfolgt auch hier wieder mithilfe eines Wischpads und der Vibrationsfunktion. Er funktioniert also ganz ähnlich wie der eben vorgestellte D-Bot T9 von Ecovacs. Ein besonderes Highlight des Roomba Combo i8 ist vor allem das App-System. Über dieses kann der Saugroboter von sämtlichen Familienmitgliedern betrieben und überwacht werden. Einstellbar sind hier nicht nur haargenaue Betretungsgrenzen, sondern auch ein super starker Zeitschaltplan, der auch in Kombination mit den smarten Empfehlungen der App funktioniert. Hier bekommt man also individuelle, auf sich abgestimmte Reinigungsempfehlungen für bestimmte Reinigungszonen und auch Zeiten. Auch ist dieses Modell ohne Probleme mit allen gängigen Sprachassistenten kompatibel und so auch wunderbar in ein Smart Home System einzubinden. Mit dem 210ml Wassertank des Modells und auch der kompatiblen Reinigungslösung lassen sich hier Flächen bis zu 55 Quadratmeter mit einer Wassertankladung säubern. Ein sehr starker Wert, was die Wischfunktion angeht. Ist der Wassertank leer oder auch der Akku, fährt das Modell in die Reinigungsstation zurück und gibt einen über die App Bescheid. Ein super starkes Modell also aus der vorletzten Preisklasse. Alles weitere zum iRobot-Modell über dem vierten Link in der Beschreibung. Bleibt jetzt aber unbedingt noch dran, denn nun möchten wir euch als fünftes und letztes unseren persönlichen Favoriten vorstellen. Und natürlich handelt es sich hier um den leistungsstärksten Saugroboter im Vergleich. Es geht um den S8 von Roborock. Der S8 ist natürlich das Upgrade des allseits beliebten Roborocks S7. Dieser mittlerweile zum Bestseller aufgestiegene Saugroboter überzeugt, zum einen schon mal durch die stärkste Saugleistung im Vergleich. 6000 Pascal kann das Modell durch die Hyperforce-Technologie aufbringen, wodurch der Saugroboter auch tiefliegende Rückstände und Staubpartikel von Hartböden und selbst langflorigen Teppichen saugen kann. Verbessert wurde natürlich auch die reaktive 3D-Hindernisumgehung. Selbst wenn also Objekte ganz neu im Raum erschienen sind, kann der Saugroboter diese mühelos erkennen und umfahren. Dies liegt an dem noch einmal verbesserten, hochintelligenten 3D-Hinderniserkennungssystem mit strukturiertem Licht und auch sämtlichen Zusatzfunktionen. Durch diese starke Sensortechnik ist auch eine verbesserte Präzisionsnavigation im Raum möglich, wodurch immer auch eine optimale Route für eine schnelle Reinigung gefunden werden kann. Er kann auch leicht festgesteckte Stellen automatisch erkennen und unsichtbare Wände, die man in der Roborock-App zeichnet, einhalten. Zu der verbesserten Saugkraft gehört hier auch ein extrem starkes Schallwischsystem. Die Wischleistung wird hier also auch durch eine Wischvibration ermöglicht. Statt ca. 500 Vibrationen wie bei den anderen Modellen bringt es der S8 auf bis zu 3000 Schrubbewegungen pro Minute, wobei der Mob hier auch immer auf bis zu 5mm angehoben wird, um selbst eingetrocknete Flecken noch besser reinigen zu können. Auch dabei eine extra große und freiliegende Duo-Rollerbürste, welche sich entgegengesetzt bewegt, was wie gesagt die Haarverhälterung vermeiden kann. Auch eine umfassende App-Kontrolle ist natürlich beim S8 dabei. Hier bekommt man die aktuelle Reinigungsroute angezeigt, bekommt smarte Vorschläge für Sperrzonen, kann auf eine 3D-Kartierung zugreifen und eigene Reinigungsrouten und Zeiten einstellen. Auch weitere Funktionen wie die automatische Aufladung oder eine Stimmenkontrolle, also Kompatibilität mit den Sprachassistenten ist hier dabei. Ein super starkes Modell mit den allerbesten Leistungen und natürlich auch ein Gerät, welches in Kombination mit der Absaugstation erworben werden kann. Aber auch einzeln ist das Modell, wie wir finden, eine super Wahl und wenn ihr euch jetzt noch weiter zum Roborock S8 informieren oder das Modell gleich bestellen wollt, dann schaut jetzt gerne mal über den fünften Link in der Videobeschreibung vorbei.